Ich weiß, viele von euch wollen die nächste Etappe meines Abenteuers in Europa sehen. Aber das muss noch warten. Ich habe jemanden kennengelernt und wir erkunden jetzt gemeinsam das Land. Alter Schwede, wie krass. Ich fühle dich wie zu Hause. Ich habe ein bisschen recherchiert und hätte ein paar Ideen, was wir morgen machen können. Ich habe schon eine Überraschung geplant. In mein Zimmer wurde eingebrochen. Mein Pass wurde geklaut. Ich wette, keiner merkt es, wenn ich dein Account übernehme. Du hörst auf zu existieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017